Im Medipark Regensburg ist der Weg zur Gesundheit kurz. Mehr als 20 Praxen mit etwa 50 Fachärzten, die moderne Radiologie und eine Klinik für ambulante Operationen stehen für Patienten zur Verfügung. Zudem befinden sich Therapeuten, Rücken- und Fitnessstudios, eine Apotheke, Orthopädie und Schuhtechniker, Sanitäts- und Hörhaus, ein Pflegedienst, Optiker oder Krankenkassen im größten Facharztzentrum der Region. Insgesamt arbeiten 90 Spezialisten Hand in Hand, um eine integrierte Versorgung zu sichern. Von der Beratung und Prävention über die Diagnose und Akutbehandlung oder die ambulante Operation bis hin zur qualifizierten Nachsorge. 14 Buslinien und 3.500 kostenlose Parkplätze ermöglichen eine rasche Anfahrt. Auch in das überregionale Verkehrsnetz ist der Medipark bestens eingebunden. Medipark – das Kompetenzzentrum rund um die Gesundheit im Gewerbepark. Medipark – das Kompetenzzentrum juristisch. Vielen Dank.